Wichtige Erfahrung? Mündliche Prüfung Telg B2 Eine wichtige Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, war, als ich in einem Unternehmen in meinem Heimatland gearbeitet habe. Ich habe dieses Thema gewählt, weil es eine meiner unvergesslichsten Erfahrungen ist und mich dazu gebracht hat, stark im Leben zu sein und bereit, sich jeder Herausforderung zu stellen. Als ich in meinem Heimatland in einem Unternehmen arbeitete, bot meine Firma zur Stressbewältigung und zur Entspannung der Mitarbeiter-Yoga-Kurse an. Diese Kurse fanden nicht in Person, sondern online statt. Mein Team und ich hatten eine großartige Erfahrung mit diesen Yoga-Kursen. Die Lehrerin unterrichtete verschiedene Yoga- und Meditationstechniken zur Stressbewältigung und half uns sehr dabei, eine gute Work-Life-Balance zu erhalten. Wir hatten immer nur Online-Kurse, aber am internationalen Yoga-Tag kam sie als Gast zu uns ins Büro, um mit uns zu feiern. Wir waren so glücklich, sie zu sehen, und gleichzeitig schockiert, weil sie keine eigenen Beine hatte und mit künstlichen Beinen lief. Sie erzählte ihre Geschichte nicht, um Mitleid zu erregen, sondern um zu erklären, wie man seine Träume erreichen kann, auch wenn man vielen Hindernissen im Leben begegnet. Sie hält Yoga-Kurse für viele Menschen und ist sehr beschäftigt. Sie sagte, dass sie nie Zeit hatte, über ihre Verletzung nachzudenken, weil sie es nicht als Problem sieht. Sie hielt eine motivierende Rede und am Ende sagte sie Worte, an die ich mich immer erinnere, du kannst den Ozean nicht überqueren, ohne dir die Füße nass zu machen. Wir sollten die Lebensreise niemals aufgeben. Sie ist eine echte Inspiration für mich und nach diesem Tag habe ich mich sehr verändert. Diese Erfahrung hat mein Leben nachhaltig beeinflusst. Bei von der Bein zu... Untertitelung des ZDF, 2020